Bhagavad Gita, Vers 2, Punkt 69 Was Nacht ist für alle Wesen, ist die Zeit des Erwachens für den Selbstkontrollierten. Und was die Zeit des Erwachens ist für alle Wesen, ist Nacht für den nach innen gekehrten Weisen. Erklärung Es gibt zwei Arten von intelligenten Menschen. Die einen sind intelligent, soweit es materielle Aktivitäten zur Sinnenbefriedigung betrifft, und die anderen sind nach innen gewandt und sich der Notwendigkeit bewusst, nach Selbstverwirklichung zu streben. Die Aktivitäten des nach innen gekehrten Weisen oder nachdenklichen Menschen sind Nacht für Menschen, die in die Materie versunken sind. Materialistische Menschen schlafen in einer solchen Nacht, da sie von Selbstverwirklichung nichts wissen. Der nach innen gewandte Weise jedoch ist in der Nacht der materialistischen Menschen wach. Der Weise erfährt transzendentale Freude, weil er allmählich spirituellen Fortschritt macht, wohingegen der Mensch, der mit materiellen Aktivitäten beschäftigt ist, seine Selbstverwirklichung verschläft, von Sinnenfreuden aller Art träumt und sich im schlafenden Zustand einmal glücklich und das andere Mal traurig wehnt. Der nach innen gekehrte Weise wird vom materiellen Glück oder Leid nicht berührt. Ungestört von materiellen Reaktionen geht er den Aktivitäten nach, die ihn zur Selbstverwirklichung führen.